Aufnahmequit Schöööööööön Endbräuch 6 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 8, 0 1, 2, 3, 4, 5, 6 8 8 Wäre... Würde gut kommen Ja 2 3 4 5 2 Und wie oft 11 mal auch 2 3 4 5 1 2 Dann haben wir das auch Will ich wissen wie Material Energy Hier ist Wie? Ich glaube ich weiß wo es ist Wenn ich abgeschmiert ist Weil der Splitter so lange gebraucht Zum Start nehmt Okay Na also da 15 gerechnet Idiot Keine 15 rechnet Ich glaube das sollte ich echt nicht nebenbei machen Ne das wäre glaube ich nicht die Optimale zu Lösung Aber ich brauche die Dateien Das ist das Warum brauchst du die denn? Jetzt schon oder? Nö eigentlich nicht Ja aber kannst du dann nachher machen Ja aber der ist ja schon dabei Also passt das doch Ja aber vielleicht Schmeiß ich deswegen das ja raus Gut dass ich hier oben auch in safe war Ja ne Wahrscheinlich weil er gerade zu viel Arbeitsschwäche verbraucht hat dafür Weil ich habe ja auch schon Minecraft 10 GB zugewiesen Ich kann nichts anderes öffnen Weil Minecraft halt zu fressend ist Ich habe jetzt 23 GB zugewiesen T minus 2 Ja also viele brauchst du nicht Boah ich kotze gleich ab Ich kotze in Eimer Wirklich Alter brauche ich zwei Sticks davon So und da bin ich auch wieder Ja aber Meine Leute Hallo 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 Ich bin ein paar Centesleiter Meine Meine wussten schon dass du immer hier bist bei mir Ich frage mich Was für wie das ein Trophy Isalator ist Kleine Ahnung 2 2 Pluxy Pearl 4, 5 Und H brauche ich 1, 2, 3, 4, 5 6 Dankeschön A2 9 davon Und 24 davon Ja da war ja auch noch Stimmt Ne Da ist noch nichts 24 Vor allem Ich war hier weg Kein Blaze mehr da ne Jetzt bist du wieder da Blaze da Noch nicht Jetzt ist da noch nichts wieder Ach der hat kein O Dann hier Aber ich Wenn ich jetzt genau weiß Ist hier nur noch ein Blaze Spawner Weil das ist so Rille Ja Alles Das schaffst du Ja nein Ich meine generell Weil Viele brauchen wir ja gar nicht Ey die Quest ist bald fertig Bald 100% 72% schon Okay Alter Schwede Mal gerade schon die nächste Selling Drugs Ja das ist so mit Villager irgendwie handeln Nur weiß ich nicht wie Wir können Drogen verkaufen An die Villager Ja wahrscheinlich kriegen wir Villager Naja I can either send Medic to help Is all done Oder muss ich gleichzeitig alle haben im Inventar Was glaube ich nicht Sonoma konsum Apple to teach player botte Hä Muss ich das flüssig da rein kippen Warum werde ich angegriffen Warum werde ich angegriffen Geh einfach raus Von Pikman Ja weil du vielleicht den auch geschlagen hast Als du rausgeflogen bist Aus Versehen Nein Habe ich nicht Oder ist das weil ich diesen Lava Stone Gesetzt hab Das kann doch nicht sein Der außerdem raufgetreten ist Nächste Quest ist fertig Ein Greater Pack Hey Ich weiß dass du gelitten hast Flash Warum Wenn wir das Ding auch machen Aber ich hab noch so viel vor mir mit dem Bean Die brauchen auch Schlange Und was gibt es Hardenet Flux Capitator Das sind ja so interessant die Hardenet 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 Bleedstone Ich hab so viel Hardenet davon schon 400k Okay immerhin ne Immerhin 400k Und 30 Coins Ja Ich würde mal gern so ne Waffe herstellen Chemie Übrigens hab ich angefangen Alles in dem Heelsystem zu speisen Achso Ja Nicht schlimm Reppon Okay Die Frage Was ist das Q Oder ist es dieses Questding unten Quest Deliver System Ah ich muss mir mal eben so ein Quest Deliver System klauen Was hier angebaut hast mit dem Wasser Das ist das nämlich mit dem Was ich machen muss Pigments für die ganze Zeit versucht mich anzugreifen ne Ah das ist aber Mit den Pigments normal Ah Chemie Ich hab dir noch gar nichts getan Select Quest So Jetzt muss ich 20 von denen QDS QDS Desk Ja das ist das Ah Okay wenn da QDS steht Dann ist es dieses Ding zum Abgeben Ich meine ja nur Wenn du so ne Quest hast Du voll verwirrt bist Das ist für die Geburt Hallo Hallo Oh du Hurensohn Wer Warum nimmt er die nicht an Muss ich da was reinpumpen Dreckzack Ähm Oh schlacht das Ding Oh Ja äh ja gehindert ja möglich mk storage eine ich bin mal gespannt was da drin ist ein zack und zack übrigens weißt du, dass du einfach nur ein Kabel anschließen brauchst mhm ne, ich doch gerade glaub ich dir ist die Quest jetzt fertig? jawohl, die Quest ist fertig, nächsten fertig da kann man nämlich Geld verdienen mit den mit den Questen jetzt verkauf ich gleich den Villager Drogen ok fertig ok, die läuft jetzt ab Reset in 0 days, 4 Stunden ah ok ich fah- ich understand und die kann ich immer machen ok, da krieg ich ja nur das Magnesium raus Selling Drugs 5 Aspirin ok, das liebe ich ich hab mich vertraut von der Droge an die Villager also sieht man auch an den Disketten wo was drin ist ne Select Quest Selling Drugs das machen wir doch ne das Aspirin lass ich noch drin willst du nochmal rein da in die Hölle? dann gehst du neben dem Bett an die Truhe da ist Aspirin drin Aspirin plus Stain ich seh auch so aus die Waffe er ist doch gut und was fangen wir an? ich würd sagen wir fangen mit Aspirin an Aspi jaaa 8000 Schneewelle ist klar 9, 8, 4 äh ich brauch nur noch 3 ich hab jetzt die Disketten wo was drauf ist und ein einem reingetan ok, hab ich O O als Ausfall also 9, 8 und O ist 4 und O ist 4 das heißt alles rein zwölf davon 2, 4, 1 2, 4, 1 ähm braun 24h braun 24h 1 2 3 4 5 5 6 6 7 13